Wir schauen uns heute mal das Thema Klang auf der Klarinette an. Gerade Anfänger fragen sich oft, wie sie das anstellen sollen, besser zu klingen. Und wir gucken uns mal an, woran es eigentlich liegt, dass die Klarinette klanglich oft sehr herausfordernd ist. Und ich teile mit dir heute drei ganz wichtige Tipps, wie du, auch wenn du noch nicht so fortgeschritten sein solltest, nicht mehr wie ein Anfänger auf dem Instrument klingst. Was macht die Klangerzeugung auf der Klarinette eigentlich so herausfordernd? Und was ist anders im Vergleich zum Beispiel zum Klavier oder der Gitarre? Beim Klavier, da wird die Taste angeschlagen und der Klang entsteht im Instrument. Bei der Gitarre zupfst du eine Saite und der Klang entsteht im Instrument. Bei der Klarinette ist es anders. Da erzeugen wir den Klang nicht mechanisch, indem wir etwas bewegen und dann im Instrument passiert etwas. Bei der Klarinette erzeugen wir den Klang durch unseren eigenen Körper, sozusagen wie eine Art Verlängerung des Instruments. Das heißt, wir müssen durch unsere Luftführung, durch unseren Ansatz, wo die Klarinette aufliegt, und auch durch unseren Hals- und Kopfraum als erweiterten Resonanzkörper den Klang erzeugen. Das sind viele, viele Parameter. Da kann viel schief gehen, gerade am Anfang, wo man noch nicht so viel Kontrolle darüber hat. Trotzdem gibt es einiges, das du tun kannst, auch am Anfang, um besser zu klingen. Hier kommt mein erster Tipp für dich. Tipp Nummer 1 ist die Klangvorstellung. Du musst wissen, wie du klingen möchtest. Es reicht nicht, dass du rein mechanisch alles optimal ausführst, super einatmest, den perfekten Ansatz hast, das perfekte Instrument. Und wenn du nicht weißt, wie du klingen möchtest und auch nicht lernst, dir selber zuzuhören, dann wirst du nie gut klingen können. Die Klangvorstellung ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Und hier hilft es sehr, wenn du Vorbilder hast. Ich zum Beispiel, als ich mit der Klarinette angefangen habe, habe das Instrument eigentlich eher zufällig gewählt, weil ich habe damals ein Zweitinstrument zum Klavier benötigt, um Musik zu studieren. Und mir wurde die Klarinette einfach empfohlen, weil da gab es einen freien Platz an der Musikschule. Und es ist doch ach so ein schönes Instrument. Und Mensch Beatrix, probier das doch mal. Ich wusste aber gar nicht wirklich, wie so eine Klarinette klingt. Und ich hatte eigentlich eher so im Hinterkopf so ein Instrument wie das Saxophon. Ich hatte so einen Tenorsaxophonsound im Kopf. Und eigentlich wollte ich auch ein bisschen jazzig Musik machen. Aber die Erwachsenen haben damals gesagt, nee Beatrix, lern mal erstmal brav die Klarinette und dann kannst du Saxophon immer noch machen. Und ich war tatsächlich sehr brav damals. Und so habe ich das gemacht. Bin zu den ersten Klarinettenstunden, da ich schon relativ viel Vorkenntnisse auf dem Klavier hatte, hatte ich einen relativ schnellen Zugang zum Instrument und auch eine tolle Lehrerin. Und so war ich Feuer und Flamme, eher zufälligerweise für dieses Instrument. Und hatte null Klangvorstellung. Und dann im Laufe der Ausbildung habe ich festgestellt, Mensch, also irgendwie, ich liebe Musik, ich liebe es zu üben, ich liebe es, mich mit Musik zu beschäftigen. Aber es fehlt etwas. Mich befriedigt nicht, wie die Klarinette gerade in der klassischen Musik zu klingen hat. Und auch die Literatur hat mich nicht wirklich befriedigt. Und erst nach meinem Studium, ich habe dann tatsächlich trotz dieser Diskrepanz, dass es eigentlich nicht ganz meins war, klassische Klarinette studiert. Und Gott sei Dank habe ich das getan, denn nach dem Studium habe ich meinen Sound gefunden. Ich hatte zwischendurch noch einen kleinen Exkurs und hatte tatsächlich mal kurz vor dem Studium noch Saxophonunterricht genommen. Allerdings Altsaxophonunterricht. Und bitte alle Altsaxophonisten, verzeiht es mir hier, meine Klangvorstellung war nun mal das Tenorsaxophon. Aber ich war noch so jung, ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass es verschiedene Saxophone gibt und dass die unterschiedlich klingen können. Und so dachte ich, nee, Saxophon ist es nicht. Also das Alte, das war ja überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und so blieb ich also bei der Klarinette und habe dann aber im Studium das Bassetthorn und die Bassklarinette kennenlernen dürfen. Und da plötzlich habe ich gemerkt, oh, da geht die Reise hin. Und ich habe also einen riesigen Umweg eigentlich gemacht, um bei dem zu landen, was ich heute liebe. Und ich könnte mir ein Leben ohne die Klarinette überhaupt nicht mehr vorstellen. Und ich liebe den Klang, den ich in all den Jahren entdecken durfte. Nun möchte ich dir nicht zumuten, dass du auch so viele Jahre auf die Suche gehen musst. Und deshalb teile ich hier in diesem Video weitere Tipps mit dir. Aber wie gesagt, such dir Vorbilder. Meine Vorbilder waren dann nach dem Studium Klarinettisten wie der Saxophonist Mulo Franzl aus der Gruppe Quadro Nuevo. Der hatte eben eher einen saxophonischen Klang auf seiner Klarinette, fand ich super toll. Hatte ich so in der klassischen Musik noch nie gehört. Helmut Eisels Klarinettenklang in der Kleismar Musik hat mir wahnsinnig gut gefallen. So viel Ausdruck, so viel Seele, so viel Spielvermögen, Ausdrucksvermögen in seinem Sound. Auch das kannte ich aus der Klassik so nicht. Und um noch einen dritten Klarinettisten zu nennen, dessen Klang ich unfassbar schön finde. Den Klang von Jorah Feidmann, der so ganz, ganz exzessiv leise spielen kann. Und du hast das Gefühl, der Klang, der kommt wirklich aus der Seele, aus dem Herzen. Ja, das waren meine Klangvorbilder und die, gemischt mit meinem ungefähren, was ich so eigentlich wollte, haben mir dabei geholfen, meinen heutigen eigenen Klang zu entdecken. Und das ist ein Weg und ich möchte dich einladen, diesen Weg auch selber für dich zu finden. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Mein zweiter Tipp heißt Kontrolle. Du musst lernen, deinen Klang zu kontrollieren. Und dazu gehört ganz viel Reflektieren. Das heißt, es bringt, wie gesagt, gar nichts, wenn du technisch einwandfrei spielen kannst, eine super Luftführung hast, einen ganz tollen, stabilen Ansatz, wenn du alles richtig machst, aber überhaupt nicht weißt, wie du klingen willst und es auch nicht kontrollieren kannst. Und das lernst du nur, indem du die Verantwortung vom Lehrer, falls du einen hast, zurück zu dir selbst holst. Denn oft, während wir in einer Ausbildung sind, geben wir diese Verantwortung ab an denjenigen, der uns unterrichtet und der soll einfach entscheiden, das war jetzt gut und jetzt mach es mal so und das war jetzt nicht so gut und deshalb mach es jetzt mal so. Aber so bekommst du selber nicht wirklich Kontrolle über deinen Klang. Das heißt, arbeite mit deinem Lehrer oder deiner Lehrerin zusammen und entdeck gemeinsam, was hörst du, was nimmst du wahr? Oh, irgendwie ist mein Ton heute zittrig. Was könnte es denn jetzt sein? Da musst du selber überlegen, sind es meine Lippen vielleicht? Zittern die? Oder atme ich nur bis hier? Oder ist meine Luftführung irgendwie heute komisch? Wodran liegt das? Ah, es ist die Luftführung. Dann probierst du aus, so wie ist denn jetzt der Klang, wenn du richtig tief einatmest? Oder wie ist der Klang, wenn du eine Zwerchfell auf Wärmübungen einschiebst? Oder wie ist der Klang, wenn du deine Atemmuskulatur erstmal dehnst? Oder wie ist dein Klang, wenn deine Lippen ein bisschen mehr Spannung geben oder ein bisschen mehr loslassen? Diese ganzen Parameter musst du selber ausprobieren und dann immer wieder mit deinem Ohr entscheiden, aha, hat jetzt geholfen, hat noch nicht geholfen und dann geht die Suche weiter. So bekommst du Kontrolle über deinen Klang und lernst, was alles der Grund sein kann dafür, dass es mal schief klingt oder eben auch toll, voll, voluminös. Kommen wir zum dritten Tipp. Material. Ich bin eigentlich kein großer Fan davon, dem Material die Schuld an unserem Klang zu geben, aber gerade am Anfang solltest du unbedingt klären lassen, dass dein Instrument funktioniert. Meistens sind wir es selbst, ja. Meistens ist es etwas, was mit uns zu tun hat, mit unserer Lippenspannung, mit der Atmung, mit verkrampften Fingern oder nicht deckenden Fingern. Aber du musst sicher sein können, dass dein Instrument funktioniert. Und was heißt funktionieren? Geht Luft rein, decken alle Klappen, ist irgendwo ein Riss im Holz, passt dein Mundstück zur Klarinette, die du spielst und passen deine Blättchen zu dem Mundstück. Diese Dinge würde ich unbedingt von einem Fachmann klären lassen, gerade solange du noch nicht mit einem Profi-Instrument gesegnet bist. Und dann weißt du, okay, es liegt zu 99 Prozent nicht an der Klarinette, sondern an mir selbst. Noch eine Sache zum Thema Material. Und weil ich vorhin Jura Feidmann erwähnt habe, es ist tatsächlich oft der Spieler, der den Klang erzeugt. Denn ich habe mal Jura Feidmann auf einem, ich weiß nicht, 200-Euro-Instrument spielen gehört. Und es war eigentlich kaum ein Unterschied wahrzunehmen im Vergleich zu seiner Profi-Klarinette. Einfach, weil seine Klangvorstellung so stark ist, ist, dass es fast keine Rolle spielt, was für ein Material er in den Fingern hat. Er erzeugt den Klang mit seiner Seele und der Luft. Natürlich hat dieses 200-Euro-Instrument sicherlich funktioniert. Da waren jetzt keine Klappen, wo man umfeste zugreifen musste und damit überhaupt ein Ton rauskommt. Sowas kann den Klang wirklich ruinieren. Aber es hat definitiv gezeigt, der Spieler macht die Musik. In meinem Kurs Kreativ-Klarinette lernen gibt es viele kreative Übungen zum Thema Klanggestaltung. Falls du Lust hast, noch tiefer in das Thema einzusteigen, bist du herzlich eingeladen, in den Kurs mal für eine Woche hereinzuschnuppern. Ich verlinke das für dich in der Infobox und freue mich, wenn ich dich dort wiedersehe im Kurs. Jetzt bist du erst mal eingeladen, selber zu reflektieren und auszuprobieren und Kontrolle über deinen Klang zu gewinnen. Teile gerne mal, welchen der Tipps du umsetzen möchtest und beschreib mal, was für dich beim Thema Klang im Moment die Herausforderung ist. Das war's für dich beim Thema Klang im Moment. Darvall